Servus, grüß euch, ich bin es der Mechil Nikolaus, euer Barustamacher aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute ganz gerne mal ein bisschen was zeigen. Wir haben uns nämlich ein bisschen was überlegt und ich möchte es ganz gerne mal ein bisschen herzeigen, was so unser Gedanke ist. Ich weiß nicht, bitte schaut euch das sehr gerne an oder ich freue mich über jeden, der das sehr gerne anschaut. Gebt uns da bitte gerne eine Rückmeldung, was ihr da verhalten könnt. Das wäre uns ganz lieb und ganz wichtig, weil wir werden halt einfach so ein bisschen überlegen, was könnten wir machen, wie können wir nachhaltiger sein, was finde ich gut oder was finden wir als Firma und auch mit unserem Team ganz gut. Und ja, vielleicht gibt es uns da bitte gerne eine Rückmeldung, weil das würde uns wirklich tatsächlich sehr interessieren und wir beantworten ja über jede Frage. Also da freuen wir uns recht, wenn wir da ein bisschen eine Rückmeldung kriegen. Also, wie ihr wisst, wir sind eine Rösterei. Wir sind also nicht nur eine Technikfirma, ECM Profitichtfachhändler, eine Reparaturwerkstatt, sondern wir haben halt auch eine Kaffeerösterei. Wer uns kennt, weiß, dass wir bereits zweimal zur besten Rösterei im Chiemgau gewalt waren, also richtig toll, total toll, mega, weil die Kundschaften uns da ein bisschen mehr aufmerksam auf uns werden, was ich total toll finde. Je mehr Kaffee ich verkaufe, desto mehr freue ich mich. Und zwar aus dem Grund, weil ich dann so Nano-Projekte, was ich in einem von den nächsten Videos jetzt einmal vorstellen tue, halt dann einmal verwirklichen kann. Und das ist so eine Spinnerei, darf man nicht sagen, weil es halt auch keine Spinnerei ist. Aber das ist so eine Leidenschaft, so ein Grundgedanke, den ich gerne da eben verwirkliche. Deswegen freuen wir uns total über diese Wahl. Oder ich hoffe, dass es heuer wieder so wird. Mal schauen. Und wenn wir noch zweiter werden, ist es auch wurscht. Mir geht es nur darum, die Leute zu noch ein bisschen aufmerksam werden. Das ist wirklich toll. Also von daher, mega. Also, unser Grundgedanke. Wir haben in unserer Rösterei, die haben wir unsere Rösterei als Specialty-Rösterei aufgebaut. Das heißt, wir haben nur Specialty-Kaffee und das vor allen Dingen im Direct Trade. Wir haben keine Industrieware oder sonst irgendwas, kommt es vorbei. Ich zeige euch, die Rohwaren überhaupt kein Thema. Das heißt, wir wollen da sehr, sehr gern nachhaltig sein. Wir wollen auch bei der Reparatur und beim Verkäufer nachhaltig sein. Und das, wie gesagt, auch schon seit 18 Jahren. Weil wir halt einfach voll wieder halten und einfach, das sollte doch nicht lang laufen und nicht alle drei Jahre zum Reinkaufen sein. Wir haben uns jetzt ein bisschen was überlegt. Und zwar, ihr kennt unsere Kaffeebackerl. Wir haben, wie gesagt, auch online erhältlich. Das ist unser Online-Job. Wir haben unsere Backerl im Online-Geschäft natürlich auch. Genauso wie natürlich auch bei uns im Showroom. Aber diese Backerl müssen natürlich FDA zugelassen, müssen ganz viele Sachen einhalten, gesetzliche Bestimmungen, lauter so zeigt, was ja auch richtig und was ja auch gut ist. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist eh klar. Aber diese Backerl kosten aber relativ viel Geld. Jetzt ist das so, das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen eingebürgert und wir wollen euch das ganz gern zeigen. Das ist einfach, wir haben ganz lieber nette Kundschaften, die bei uns einen Kaffee kaufen und sagen, ha, gut, Michi, kannst du beim nächsten Rösten nicht vielleicht einmal oder ganz einmal einmal machen, weil wir dann einfach miteinander nicht so viel Verpackungsmüll haben. Weil es sind 500 Gramm Backerl und wenn halt der Kunde zwei Kilo bestellen möchte oder zwei Kilo kaufen möchte, hast du halt schon wieder vier Backerl Müll. Und das wollen wir eigentlich nicht, weil ihr seht, unsere Backerl sind handgestempelt. Also das ist tatsächlich wirklich so, kommt vorbei, ich kann es euch zeigen. Die sind handgestempelt, weil wir uns da sehr viel Müll geben und natürlich, das soll ja auch dementsprechend Geld ausschauen, das ist so eine Leidenschaft von uns. Aber, wenn wir Müll vermeiden können, wollen wir das ganz gern machen. Also, wenn ihr euch sagt, ha, gut, der Kaffee schmeckt total gut oder ihr halt neugierig oder so was, oder so eine Geschichten, dann haben wir jetzt Eimer da und zwar Seherne, Seherne und die ganz großen. Und zwar, wir haben jetzt auf Eimer, die haben auch natürlich FDA zugelassen, genauso wie sie es heute auch gehört, die kleinen Eimerchen, die kleinen Barustamacher Eimerchen, die haben ein Fassungsvermögen von 1,2 Kilo, also von einem Kilo halt einfach und die größeren Eimerchen haben ein Fassungsvermögen von 2 Kilo. Wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr euch das auch nehmt. Wir haben uns, unser Gedanken ist der, dass ihr euch das einmal einfach bei uns kaufen dürft, ihr habt also ein Kaffee-Eimerchen und ihr schreibt einfach ein E-Mail, wenn wir einfach wieder rösten, rösten wir einfach Eiermenge mit dazu, füllen sie euch direkt ins Eimerchen, ein Eiermenge dann auch und wir haben weniger Verpackungsmengen. Das ist doch einfach ein ganz, also ich finde, das ist eine ganz coole Idee und eine ganz Kunde, naja, wir sollen ja die Ideen nicht selber loben, aber ich finde es eigentlich tatsächlich, ich finde es eigentlich so eine Nachhaltigkeitsidee und wenn ich halt, und da fahren jetzt wirklich ganz viele Kundschaften schon drauf ab und da freue ich mich total darüber, weil wir einfach gemeinsam diesen weltweiten Müllberg irgendwie kleiner machen sollen. Ich bin ja nur ein ganz kleines Zahnräderl als die Barista-Macher, gell? Mehrer bin ich ja, ich gar nicht, aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Und deswegen würde ich euch ganz gerne diese Eimer ans Herz legen. Wir haben also jetzt diese zwei neuen Eimer bei uns da in der Ausstellung, könnt ihr natürlich auch käuflich erwerben. Wir befüllen euch den Kaffee da rein, was für Sorten, das ihr halt auch immer haben möchtet. Vielleicht gerne dann einfach das nutzen, per E-Mail einfach vorabstellen, michi beim nächsten Röstvorgang, ich hätte gerne ein Kilo oder eben zwei Kilo Kaffee in der bestimmten Sorten. Wenn es eine Firma ist, dann haben wir auch diese Eimer, hätten wir zum Beispiel auch noch da, das sind also wie gesagt sieben Kilo, das ist dann für das Schuh oder für eine größere Firma, die halt einfach auch wirklich in einer anständigen, schönen, hochwertigen Kaffee-Dosen-Behälter, Behältnis, den Kaffee erstens schon da drinnen stehen haben, weil ich hoffe, dass euch das so gefällt, wie es uns gefällt, weil es einfach hochwertig ausschaut und vor allen Dingen sauber gelagert ist, FDA zugelassen, also genauso wie man einen Kaffee halt auch lagern kann und keinen Verpackungsmittel haben. Ich wollte euch da ganz gerne das ein bisschen herzeigen und ein bisschen, vielleicht kann ich euch ja davon überzeugen, das wäre ja total cool, weil Nachhaltigkeit ist geil, also von daher spiele ich mich da gerne ein bisschen aus und das ist so meine Leidenschaft und von daher bitte meldet euch da sehr gerne, wir würden uns total freuen, wenn euch das Video ein bisschen gefällt, wenn euch das ein bisschen anspricht, wenn ihr sagt, Hako, das ist eine gute Idee oder kannst nicht noch was anderes machen oder sowas, bitte gebt uns da sehr gerne eine Rückmeldung. Wir freuen uns über jeden, dem das Video gefällt, der uns teilt, der uns abonniert, wir wollen in dem Bereich sehr gern bekannter werden. Wir wollen also wirklich gern mit meiner Nachhaltigkeits-Kreislauf-Gedanken-Spinnerei, Spinnerei ist wie gesagt nicht, möchte ich gerne ein bisschen weitermachen und das würde mir ganz gut gefallen. Also bitte gerne eine Rückmeldung, ganz lieben Dank fürs Anschauen und wir freuen uns ganz riesig darüber, wenn ihr uns ein neues Angebot gern auch nehmen möchtet. Also, Servus für euch!